Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, wir haben erst vor wenigen Wochen auch über ein wichtiges Projekt des Urheberrechts gesprochen, die Regelung des Rechtsverwertungsgesellschaften. Jetzt der nächste Schritt. Also ich denke, wir halten uns daran, um unseren Koalitionsvertrag Schritt für Schritt an der Stelle abzuarbeiten. Und das ist gut so für ein Land der Dichter und Denker, dass wir uns um gute Regeln im Bereich des Urheberrechts kümmern. Beim Urheberrecht geht es jetzt um den Interessengegensatz zwischen Verwertern, auf der einen Seite Künstlern, auf der anderen Seite. Aber ich denke, man muss doch auch noch mal den Blick darauf richten, dass eigentlich beide vor allem im selben Boot sitzen. Beide haben ein Interesse daran, dass das gemeinsame Werk auch wirtschaftlich ein Erfolg ist, dass es gut verkauft wird. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns gegen die teilweise vorhandene Gratismentalität gerade im Internet wenden. Und es ist gut, dass das auch eigentlich mit dem Untergehen oder mit dem Verschwinden der Piratenpartei von der politischen Plattform auch ein Stück an dieser Stelle verschwunden ist. Denn da dürfen wir uns nichts vormachen. Gute, kreative Leistungen haben eben auch ihren Preis. Und da müssen auch die Kunden, die Nutzer letztendlich bereit sein, dafür einen Preis zu zahlen. Und ich darf sagen, dass wir jetzt gerade von Seiten der Rechtspolitiker da mit einem, doch auch mit einer Portion Sorge auf die weitreichenden Regeln bei der Haftung für privates WLAN schauen. Die weitgehende Einschränkung der Haftung an der Stelle darf nicht von Plattformen ausgenutzt werden, die sich daraus ein Geschäftsmodell machen, illegale Nutzungen zu ermöglichen. Und selber daran zu verdienen, ohne dass die Kreativen da ihren gerechten Anteil bekommen. Das Urheberrecht selber hat jetzt die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das eingenommene Geld zwischen den verschiedenen Beteiligten auch fair verteilt wird. Und darüber wird verhandelt in einer Marktwirtschaft. Das wird nicht alles vom Gesetz vorgegeben. Aber in der Tat, das ist schon angesprochen worden. Und das ist auch mein Eindruck nach den Gesprächen, die ich mit verschiedensten Gruppen geführt habe, gibt es da keine Vertragsparität auf Augenhöhe. In ganz unterschiedlichen Branchen sieht das auch ganz unterschiedlich aus. Wir haben ja hier Regeln, die gelten sollen für Musiker, für Autoren, für Journalisten, für Drehbuchschreiber und dergleichen mehr. Das beste Mittel, um hier zu fairen Verhandlungen zu kommen, sind gemeinsame Vergütungsregeln. Wo die Branche eben wirklich weiß, wie sieht es aus bei uns, was sind die Kriterien und wie müssen wir das Geld verteilen. Und ich denke, das ist der richtige Weg, zu dem auch dieses Gesetz hier neue Anreize geben soll. Es soll die Stellung der Kreativen stärken, mehrfach Vergütung, Auskunftsanspruch und das Recht auf anderweitige Verwertung sind ganz wichtige Dinge. Aber eben auch der Weg der gemeinsamen Vergütungsregeln, die eben ermöglichen, dass man zu einem gerechten und fairen Ausgleich kommt. Diese Erwartung war eigentlich auch schon an die vorige Reform des Urheberrechts geknüpft. Sie hat sich nicht ganz erfüllt. Und wir müssen schauen, woran liegt das. Und da sind, glaube ich, beide Seiten aufgerufen, mehr aufeinander zuzugehen, dieses Instrument zu nutzen. Bei den Künstlern ist es häufig auch die fehlende Bereitschaft, sich überhaupt zu organisieren, in einen Verband hineinzugehen. Aber auch auf der anderen Seite haben wir da eine zu große Zurückhaltung. Es ist deshalb richtig, wenn im Gesetz steht, dass grundsätzlich der Verband, der die meisten Mitglieder auf seiner Seite in einer Branche organisiert, auch derjenige ist, der aufgerufen ist, eine gemeinsame Vergütungsregel zu verhandeln und abzuschließen. Diese gemeinsamen Vergütungsregeln geben auch mehr Möglichkeiten. Nur im Rahmen von gemeinsamen Vergütungsregeln kann man von einigen gesetzlichen Vorgaben abweichen. All das soll jetzt wirklich dazu führen, dass mehr von diesem Instrument auch Gebrauch gemacht wird. Der Gesetzentwurf sieht darüber hinaus die Möglichkeit von Verbandsklagen vor, die genau diese Vereinbarungen auch umsetzen sollen. Nun sind wir nicht gerade unbedingt die besten Freunde von Verbandsklagen. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir hier ein gravierendes Problem haben, genannt Blacklisting, das eben beschreibt, dass derjenige, der seine Rechte geltend macht, dann letztendlich von den Auftragslisten heruntergeschrieben wird. Und dass das ausgerechnet im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch noch verbreitet ist. An anderer Stelle auch. Das ist beschämend. Das darf nicht sein. Der öffentliche Rundfunk hat sichere Einnahmen aus Gebühren. Und daraus kann er auch die Künstler gerecht und fair bezahlen. Hier müssen wir wirklich zu einer Lösung dieses Problems kommen. Hier sind auch diejenigen aufgerufen, die in den Selbstverwaltungsgremien des Rundfunks mitwirken. Das dürfen wir so nicht weiterhin nehmen. Wichtig ist aus meiner Sicht noch, dass wir in den jetzt anstehenden parlamentarischen Beratungen auch noch einmal das weitere Vorgehen oder die Grundlage der gemeinsamen Verwertungsgesellschaften noch einmal in den Blick nehmen. Hier hat die europäische Rechtsprechung dazu geführt, dass die Verleger nicht mehr beteiligt werden können. Wir denken, dass wir hier jeden Spielraum nutzen müssen, den uns das europäische Recht gibt. Auch in diesem anstehenden Verfahren auch da schon zu einer Grundlage, einer besseren und dauerhaften Grundlage für die Praxis der Verwertungsgesellschaften zu kommen. Also einiges liegt vor uns und ich freue mich auf die Beratungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Tabea Rösner hat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen jetzt das Wort.